Hier kommen die Mogelpackungen des Jahres 2021, wie immer veröffentlicht von der Verbraucherzentrale in Hamburg. Nach dem Motto »Weniger drin für mehr Geld« sucht die Hamburger Verbraucherzentrale bekanntlich jedes Jahr die raffinierteste Preiserhöhung. Sie als Verbraucher dürfen jetzt zwischen fünf Kandidaten wählen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 24. Januar. Die fünf nominierten Produkte für 2021 haben die Verbraucherschützer aus insgesamt rund 2000 Beschwerden ausgewählt. Die ihnen zugeschickt wurden. Nominiert wurden drei Süßwaren und zwei Soßenprodukte. In der Auswahl befinden sich gleich zwei verschiedene Schokowaffelprodukte, bei denen die Verbraucherschützer versteckte Preiserhöhungen entdeckten. Allerdings gingen die Hersteller unterschiedlich an die Mogelpackung ran. Um sich den ganzen Beitrag anzusehen, klicken Sie einfach auf den Link unterhalb des Videos. Ihr Team von Finanztalk TV